Musik Hey Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK Operation Playstation 4 Nicht wundern, dass ich jetzt andere Kleidung an habe, wie im Video, auch meine Mütze ist gewaschen und so weiter Denn ich habe jetzt beim Schnitt mitbekommen, dass ich die Anmoderation vergessen habe Und deswegen mache ich die gerade im Nachhinein und kann ja sagen, was schon im Vorfeld passiert will Nämlich an die Oberfläche von ARK Operation Und gucken uns da ein kleines bisschen um, weil wir noch einiges Material brauchen Was es großteils, also in Massen, nur oben gibt, aber davon später mehr im Video Ja, bevor jeder schreibt, ja das gibt es auch da und da und da, das wissen wir auch Aber wir wollten einfach sowieso mal da hochschauen Und deswegen sage ich erstmal frohes Fest an euch alle, ne Lasst euch schön beschenken und so weiter und so fort Wir sehen uns gleich im Video, bis gleich Gut, dann, lasst du mal die Haken, falls ich doch irgendwo mal runterfallen sollte Was wieder passieren wird, denke ich mal Und einmal alles reloaden So, auf geht's Drache, heute wirst du sterben Das ist aber traurig, da kommt doch bei mir drauf Was ist mein Drache? Da kommt doch bei mir drauf Nee Nee, Berlinik Guck mal in der Höhle hinten Warum funktioniert der Sender nicht? Rockstar 53 Meter Da hinten steht er irgendwo Wir müssen doch nicht drei Drachen töten, das reicht um wir beide töten Das werden wir gar keinen töten Deswegen, den wir die Heile will mit töten Ah, wie sieht es OZ-mäßig aus? Lalalala, 20, oh, es wird gleich dunkel draußen Was man will? Ja Wo du sein Ich hab wieder diesen Anzeige-Bug bei meinem Drachen Ich seh, dass er da ist durch den Peilsender Aber er ist grafiktechnisch Nicht da Warte, ich komme mal, vielleicht wenn ich mich drauf setze oder so Was siehst du den denn? Der hängt oben, zweite Etage, irgendwo an der Wand War das Pupu? Äh, nee, Rockstar Warum müsst ihr nicht Pupu mit? Den kannst du dir einfach zerschroten Rockstar, ja, da seh ich's Komm hier nicht durch, weil der Spino zu fett ist Wollen wir das mal sehen Ja, da steht Rockstar Ich seh den gar nicht Siehst du den? Ich seh den auch nicht Hat da einer alle Folgen geführt? Ja, sonst krieg ich den da nicht runter Jetzt hab ich Rockstar Der kommt da runter und kommt dann aus der Unsichtbarkeit Das Arschloch So Ich hab ihn Den klebe ich nie wieder an die Wand Jetzt ist Ticcia auch schon wieder warm Hey, goethe Ho, ho, ho Schweizer Oh, ho, ho Ach, festhalten So, machen wir los Ja Na dann, auf I'm ready Auf jeden Was macht ihr Schönes? Wir gehen an die Oberfläche Wir gehen an die Oberfläche Ah In die Richtung? Wir können doch einfach hier im Wasserfall hochklettern Wir müssen zu 27, 63, ne? Ja Ach, da Ja, da Das ist einfach bloß bei unserer Base schräg rüber Ja So, wir sind im Höhenhänger Bist du auch da? Ja, alles klar Uhrzeitmäßig Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie die Zeit abläuft Wir haben es jetzt 21, 48 21 Uhr geht es da oben meistens mit der Kälte los Hier hat schon einer gebaut So, da oben geht es raus Müssen wir mal kurz gucken, wie die Temperatur ist Ich hab nur eine Schneeflocke jetzt 10 Grad Immer noch 10 Grad Jetzt gleich spawnen die ersten Weeper Hatte ich vorhin auch So, jetzt müssen wir gucken Da hätten sie jetzt schon Steine Guck mal einen Ja Pass auf So Zwei Element Erz 8, 12, 15, 20, 21, 26 Ich höre ein Reaper Wo bei mir? Ich höre irgendwo Reaper Ja, bei mir Ey, Rauf da Oder? Ja, der kommt, der hätte jetzt die Zwiebel Hände, der dir Ich mach's so Komm, Ruck, komm weg Yes Okay Hör das weg Ich hol mal noch ein bisschen Elemente Die Sieger kümmere ich mich Ja, ich kümmere mich um die Sieger Ich hole Elementerz raus Mann, hör doch mal auf weiterzulaufen, Drache Ey, du drückst in eine Richtung, ne? Und der rennt einfach weiter Ja, die haben den Thülerfehler Ja Ich glaube, alles, was so klettern kann Megalanias, Drachen und Thülers Die haben alle den gleichen Fehler Dass die die Auto weiterlaufen haben Ja Der Alpha müsste hier vorne gleich kommen Wenn wir weiter runterlaufen Ja, den wollen wir jetzt nicht haben Ich will bloß das Element erziehen Ist euch mal aufgefallen, dass die Drachen Ihre Federn abstellen, wenn die hier oben sind Vom Kopf Das machen die unten nicht, oder? Komplett aufgeplustert 21, 52 Ja, wir haben bis um 5 Uhr Zeit 5 Uhr 6 Uhr im Dreh Okay Also spätestens um 5 Uhr müssen wir vorne am Gate sein Okay Ich habe jetzt 150 Erze schon Ich glaube, ich habe gar keine Picke mitgenommen Scheiße Du warst bei uns, Peter Ich habe keine Picke mitgenommen Du musst sammeln, Cloud Hier gibt es auch noch Obsidian ganz viel, ne? Ja Die holen wir lieber aus der Höhle Steck Steck in den Drachen Neben dir Ja Ich glaube, meiner kann auch ein bisschen mehr tragen Wie deiner dich hat Deiner zu voll wird Ja, wie viel kann meiner noch? Also ich habe jetzt meinen auf 727 trainiert Okay Ja, ich bin bei 800 und Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendein Vieh wieder ankommt Ist alles ruhig Kannst du mal die Temperatur genauer angucken? Ja 8 Grad Gut 22 Uhr Das Metall schmeiße ich erstmal weg Wir kriegen unten genug davon Ja, nur Erz mit mir Nur Erz Ich sehe einen weißen Loot, der runterkommt Ja, der ist egal Ja Ja Und dann sehe ich keinen gerade Temperatur 8 Grad 22 Uhr 4 Wir haben eine lange Nacht Ja Wir haben Zeit Wir haben Zeit Das ist richtig super Ah Gut Hätte der nicht gedacht, dass es dann doch so recht einfach geht Ja, alleine sollte es hier nicht raus Wofür brauchen wir das Zeug jetzt schon? Äh, später wenn wir Element machen Oder wir können jetzt eigentlich schon Element machen Wenn wir dann irgendwann den Boss machen, dann haben wir genug davon Ja Alles nur Ich stelle mal Vorsorge Und oben umgucken Ja, weil später Wenn andere auch noch Farmen gehen, ne Dann kann es kompliziert werden Weil, äh, stell dir mal vor Es flüchten da gerade welche raus Du brauchst dich nur unten hinstellen Und warte, dass sie zurückkommen Warum selber fahren? Hat jemand geguckt, ob man hier draußen Strukturen platzieren kann? Regulär? Nein Kann man Schlafsack könnte ich hinlegen Ja, der bringt mich da Ja, der kann es hier auch regulär bauen Aber der verbrennt dann auch, ne? Äh, Schlafsack verbrennt Betten nicht Aber du kannst da drin nicht spawnen Wenn es heiß ist, bist du automatisch gleich tot Okay 22 Uhr 14, 7 Grad Ja Bis zum Fünfe halt Wir können gleich mal noch einen kleinen Rundgang wagen Wenn nicht, können wir flüchten Ja 23 Uhr 17, 7 Grad Die Frisur sitzt Drei Meter Arc Drei Meter Arc Drei Meter Arc Ich weiß, jetzt weiß ich, wie vor sie sich fühlt Wir müssen mal mit dem Egi hier hoch Ja Das ist brutal So, ich hab hier nur schnell Können wir aber machen Ein Zähm, Metallbude bauen Kleines Dinotaur Turrets drauf Dann hat sich der Ausgang für die anderen auch direkt erledigt hier So Du fährst da hinten auch gleich alles weg Wir können jetzt Da vorne Ölstein gefunden, gerade einen kleinen Ein was? Kleinen Ölstein hatte ich gefunden Hier ist noch einer Oh, mein Vieh warnt mich gerade Wie sehen die aus? Hier unten ist ganz viel, komm Ah, okay Wie Obsidian, nur pechschwarz und anders geformt Okay, alles klar Cloud müsste irgendwo in die Richtung sein Ja, ich bin hier Da, wo es leuchtet Dein Vieh warnt dich? Er ist jetzt eben drum gepiepst Aber unten hat es nichts angezeigt Hier Hier ist ganz viel 22, 26, 6 Grad Boah, guck mal 100, 200, 300, 400, 500, 600 Elementor habe ich schon Im Drachen Also, wo ich heute Mittag hier raus bin Bin ich, wie gesagt, gerade ausgeflogen Hier ist ein Stück raus, Blickrichtung Hier ein Stück, ne, ich bin ein Stück hier geradeaus aus dem Loch gekommen Da sind direkt die 5 Reaper gespawnt Dann bin ich geflogen Und dann sind noch viel, viel mehr gespawnt Okay Also, hier waren genug Na komm, wir haben jetzt erstmal Wir können das ja noch öfter machen Wollen wir erstmal gucken gehen Ja Kommt ein Reaper Ja, hinter mir oder so Ja Lass die erstmal ziehen Lass die erstmal ziehen Bis wir in eine Region kommen Von Drops Dann können wir die immer noch wegmachen Reaper kommt Ja, zwei Weiter, weiter, immer weiter Wir stehen da Wir haben jetzt 3, 4, 5 hinter uns Okay Na, das gut ist Die können uns worüber, ne Repo Repo Noch einer Zwei Noch einer Zwei Drei, vier Drei, vier Hier ist Lagasse Oh, fuck Hier ist Ende Oh Ach, da hinten ist erschienen Ach, da hinten ist erschienen Das würde ich abschießen Das Ende Jetzt hänge ich fucking hier fest Nein Nein, ich fall runter Wir haben es ein bisschen verfranzt Ich glaube hier an der Barriere entlang Ich glaube hier an der Barriere entlang Ich bin eingeschwommen Ich bin eingeschwommen Zwiebel hoch Wir sind zu viele Reaper Ja, lass mal abhauen Wir sind viel zu viele Reaper Wo bist du Zwiebel? Am Eingang wieder Man kommt relativ gut von den Weg mit dem Dragon Jump Ja Alter Wo kommen denn die jetzt alle her? Doch, Mendo, habt ihr mir keinen rüber gelassen? Ich glaube wir sind wieder am Eingang Ja, ich komme nicht weg Ich habe hier zu viele von den kleinen Viechern um mich rum Seeker? Ja Ganz viele Oh, den Reaper Pack, 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 pack Ah, ich komme nicht voran Ich habe keine Ausdauer Ah, ich bin gleich tot Ich weiß nicht, wer einen Sender hat Ich weiß nicht, wer einen Sender hat Ja Genau Der Pupu hat keinen Sender Ja, ich bin hin Fach Mann Und auf den Gas Einen Scheißler aufschwein, ey Ja, ich konnte nicht weg Ich war im Flut gewesen Ich wusste nicht, dass einer von euch feststeckt Aber du lebst noch, ne? Ich lebe noch Ich kann laufen Bist du in Richtung Obi noch? Am Obi? Ne, ich bin auf dem Weg zu euch Aber ich habe hier zig Millionen Reaper um mich rum Er müsste von Er müsste von Er müsste von Geradeaus kommen Geradeaus rechts kommen Wir versuchen ihn einzuholen Wir haben 23 Uhr 4 Grad Ah, ich sehe die Reaper Hier ist dein Taxi Wer drauf? Weg! Wer tot? Boah Sind die hart, ey Wo bist du? An der Wand Ich fliege Richtung Ausgang Wir haben unseren dritten Mann verloren Wir müssen wieder rein Das waren auch andere, ne? Das sind zwei verschiedene Sorten, oder? Das sind einmal Surface Reaper Und die, die wir hier unten haben sind Subterranean Reaper, ne? Ja Es gibt da ein paar Unterschiede Und die hauen ordentlich rein Das soll ich sehen Ja Ja Deswegen, wir müssten theoretisch ein Spiel muss hier hoch Der Passagier auch immer so brutalen Schaden kriegt Ich glaube, sonst haben wir da wirklich keine Chance mit Naja, zum Farmen geht es ja alles Wenn wir das Ohr holen wollen Das ist Erz Aber Für den Rest halt nicht, ne? Ja Ich meine, wären wir zu dritts geblieben Hätten wir das locker geschafft Ah, die Trennung war halt kacke Ist einfach schon im Eimer Mein gut war ein Lowey, ne? Ich hab extra den Low-Bopp Das ist der Nachteil Das ist der Nachteil am Lowey Also Auf mich haben jetzt gerade 5 Reaper eingeprügelt Als ich dich geholt hab Ich hab vielleicht 500 Schaden gekriegt in der Zeit Geprägter Drache Okay Okay, ich flieg wieder ins Loch Ich bin überm Fluss Hier sind Gegenspieler online Wo bist du? Am Fluss, am Wasserfall Ja, ich soll ich Wie vielen Tore hier standen gestern Tore Ersatzdrache nehmen und nochmal raus Also ich hab einen Bloß der hat nicht genug Ausdauer, der andere Den ich hier habe Der oben hat schon so wenig Ausdauer gehabt Du kamst einfach nicht Du machst da zwei Flugstöße Da liegst du unten Und dann, wenn dich ein Reaper angreift Der kloppt ja auf dich ein Du kannst mit der Ausdauer nichts mehr machen Naja, du brauchst Lebenspunkte Der Drache braucht auf jeden Fall Lebenspunkte Ich mein, bei 14.000 Wenn ich mir jetzt überlege Du verwickelst dich da einmal in ein paar Seeker Und ein paar Reaper Dann brauchst du schon ordentlich Da brauchst du schon ordentlich Lebenspunkte Ja, aber hätte ich da jetzt Ich hab ja in meinem richtig wenig Lebenspunkte gehabt Dann hätte ich mehr Ausdauer gehabt Wär ich da locker weggekommen Weil ich konnte ja nicht mehr weglaufen Ich konnte nicht abheben nichts Aber er hat lange durchgehalten Ich teste mal ein Stack Element Ore im Enki Ne, auch 50 Hat keine Gewichtsreduktion Henrik, ich pack mal hier in den einen Enki Der fast leer ist Pack ich dir mal die ganzen Die ganzen Element Ore Ja In der Theorie könnten wir doch jetzt eigentlich Ein Element herstellen, oder? Ja Aber machen wir das nicht gleich? Sonst haben wir wieder zu viel Material Da müssen wir ein bisschen Zeug rankarren Was? Ich guck mal kurz Da brauchst du ein bisschen was für Da brauchst du Gems und Gas Ja, wir brauchen Gas Batterien Ähm Blaue Edelsteine Grüne, Rote Und ja Das war's halt Das haben wir aber Wenn es nicht weit geht Blaue ist kein Problem Grüne könnten ein bisschen knapp sein Ne Ich schau gleich mal ab Oh, danke für das Neid Rote 10 Grüne Äh, 20 Und blaue 15 Du musst die Batterien halten Die Batterien haben wir auch nicht 8 Stück pro Element Also, Partner mal ganz gut Äh, Gas Gasschrank 10, 20, das wird Etwa 100 Reicht Ja, du brauchst 50 schon vereinen Ah, für einen Äh, Grüne hat definitiv genug Schrank fast voll Blauer fast voll Rot Und guck mal, dass die nicht schränke rein, ob das wirklich die Jacken da drin sind Guck mal nach den Drachen, bitte Äh, in der von drei Stunden hatte ich ja fast den ganzen Schrank voll mit roten Zeug sogar Habt Weil das hat so etwas auf Versenkung geholt, ne Ja Das war nicht das Problem Wie sagt es, Erz, wenn es so läuft wie zum Anfang, das schnell rausholen, das geht dann auch fix War das nicht das Problem Das einzige Warby war, wenn er zu gierig und wollte nach die Drops gucken Im Döde ist Metall drin und ich krieg ne Krise Leute Leute, ich, na, äh, mein Ich hab schon überlegt, ob ich über immer ein paar Fundamente wegreiße Einfach um dich zu ärgern Ey, nein, nein Hier steht Stein drin am Schrank, gestern neu angeschrieben Was ist drin? Verdammte Turet Muni Ja, ich hatte, ich hatte noch, ey Wir haben den Tresor vorproduziert, aber wir waren noch nicht so weit, um alle Dinger aufzustellen Wir mussten noch gucken, wo der Tresor gekommen ist Alles nix mehr Batterien erstmal laden, ey, man Meine Fiße Meine Fiße Ey, hoffentlich kommt da jetzt ein ganzes Deck raus, sonst ist das hier ne echte Kackarbeit Also ich Möchte mindestens, mindestens ein Zehner-Stack daraus haben, mindestens Jawohl Wenn jetzt, äh, die Batterien nicht verbraucht werden, ne Dann, äh Ja gut, dann, dann ist gut Ist das echt nicht, also nicht so viel Arbeit Ne Aber wenn der jetzt überlegt, dass er dann aber noch die ganze Zeit das Erzfarm gehen muss, was natürlich auch eine gefährliche Arbeit ist Ja, das Erz, ne das, wie gesagt, das habe ich ja schnell zusammengefarmt eigentlich Aber wieso laden alle Batterien bis auf eine da unten? Wie sieht auch anders aus? Stimmt, die eine lädt sich nicht Zwei, vier, sechs, acht, aber zehn Batterien laden, also das reicht auf jeden Fall Ja Vielleicht könnte man nur zehn auf einmal laden, aber wäre eigentlich untypisch Ach, ja Die spannendste Arbeit Ah, wird ja relativ schnell, was haben die 500 Ladungen, sind schon zur Hälfte fertig Und Go Werden wir einfach mal her Bin gespannt So Ich bin gespannt So Scheiß, ne Also einmal können wir zumindest sie herstellen Ah, nice Nur die Ladung geht weg Nice, nice Gesehen, gesehen Nur die Ladung, ne Wir haben ein Element bekommen Ja, es war ein Element Warte mal, da hat sich gar nicht so viel verbraucht Da hat sich nur 20 Erz verbraucht 15 blaue, 20 grüne Ja, ja 10 rote Genau Aber für ein Element Ja, musst du halt immer warten, ne Aber die Station ist auch, glaub ich, leer Ja, die ist leer In vier Minuten Oh, das ist hart Das ist hart Gut, wir haben das erste Element Wuhu Alright Ja, dann machen wir halt ein Tresor Fertig, wo wir das immer das ganze Zeug drin haben Das wir einfach nur reinkrachen brauchen und fertig Da können wir immer wieder ab und zu ein Element rausziehen Später Ja, Freunde, ich mach jetzt erstmal hier Ende, ne Jetzt habt ihr gesehen, wo wir Elemente herbekommen Und es war eine super Ausbeute, in Anführungszeichen Wir sehen uns hoffentlich nächste Folge wieder Hab einen schönen Tag, haut rein, macht's gut Ciao, ciao, tschüss